So, eine kleine Mitteilung an euch Leute. Ich sitze hier gerade am Cutten. Das ist das neue Video, das morgen eigentlich online kommen sollte. Das Ding ist, ich werde einfach nicht fertig damit. Liegt auch daran, dass es ein bisschen aufwendiger ist als die anderen Videos, weil es halt einfach ein neues Format ist, was ich auf dem Kanal etablieren möchte. Und ja, ich muss auch noch ein bisschen was drehen. Und ich denke, das Video wird am Montag oder Dienstag online kommen. Ich werde in meiner Instagram Story dann euch am Laufen halten. Es wäre mega nice, wenn ihr euch das Video natürlich reinzieht und mir dazu Feedback gebt. Und ja, dann schönen Abend noch. Ciao.